Ich denke, es ist Zeit, etwas zu tun. Du wirst nicht so schlecht sehen. Es ist Nacht. Wir sind in der Santa Anna Street. Ich warte an der Baustelle. Die sieht man von Weitem bis gleich. Das heisst, ich kann mich kurz hier umschauen. Wie Johnny einfach hier über das Geländer gefahren ist. Ich muss schon sagen, Goro ist ziemlich weise, was das Reden angeht. Gefallen. Kannst du mir doch nicht sagen, dass hier absolut nirgendwo etwas ist. Diese riesige Baustelle. Jetzt, wo ich sehe, dass es hier so dunkel ist, muss ich später nochmal schauen, ob die Taschenlampe noch aktiv ist. Ja, wenn ja, wie ich die belegt habe. Die gradiert ziemlich nützlich wäre, wenn ich da nichts runterfahren würde. Gibt's überall ein paar Sachen, die man nie besehen könnte. Gibt's überall ein paar Sachen, die man nie besehen könnte. Das ist nicht. Wieder. Zum Glück schaue ich mir hier alles an. Das sind zwar bloß Kleider, die eigentlich keinen grossen Wert mehr haben. Bezüglich der verschiedenen Farben. Aber dann haben wir noch ein bisschen mehr zum Anziehen und zum Aussuchen. Wenn wir hier uns kleiden möchten. Weil ich gerne wieder mal den Kleiderschrank ein bisschen aufräumen würde und ein neuer Kleiderstil ausprobieren möchte und würde. Apropos, eigentlich könnte ich mal ein anderes Outfit wählen. Wir nehmen mal das. Einen Leolausstieg gibt's auch noch, den wir mal machen können. Vielleicht hier nach dieser Mission. Diesem Auftrag. Mal schauen. Es ist ein Dunkel hier. Es ist ein Lift. Toi Toi Qualetten. Schön, dass es das auch noch in 2077 gibt. Ja, ich glaube wir haben hier eigentlich alles. Ich bin in Kontakt. Die Diversionale Reaktion. Das ist mir zu tun. Ich brauche den Arasaka Industriepark ein. Optional Klaueeinlaster. Könnten wir machen. Allerdings, was machen wir dann, wenn wir drin sind? Und sind wir ausgeliefert? Ich würde. Ich würde. Ich bin erschrocken. Ich würde. Alter. Ich bin erschrocken. Schade. 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 Da bräuchte man den Supersprung oder Double Jump. Dann gehen wir halt vielleicht über die Brücke. Und mähen da schon mal die beiden Wachen aus. Auch immer, wenn ich da hin hochkomme. Kann ich ja auch Schatten hier? Nö. Da ist einer. Und da ist einer. Da komme ich nicht hinein. Vielleicht warte ich hier, bis der andere wieder zurückkommt. Und dann schnappe ich mein Bier. Oh shit. Let me show you the camera. Und. Das wäre jetzt ein kurzes Spiel gewesen, wenn ich da schon aufgeflogen wäre. Okay. Kommt der wieder zurück oder nicht? Doch, doch. Der kommt gleich wieder. Jetzt. Ja. Ich frage jetzt nur, wie weit ich zurückkommte. Speichere mal wieder. Komm her. Ist ziemlich risky hier oben. Aber wir müssen es irgendwie versuchen. Alright, ich würde den anderen doch auch noch verstecken. In so einer Box hier. Wenn die Person jemand mitbekommt. Nice. Alle drei Stück. Perfect. Können wir irgendwas machen? Daten. Status Fracht. CB-Y233-04. Nach Night City geliefert an Bord. Der KD-16 Lady Nio zum Arasake Industriepark transportiert. Keine Fehler, Mängel oder Sabotage festgestellt. Bestwagen sind bereit zur Montage. Achtung. Bis die Montage abgeschlossen ist, wird empfohlen, die maximalen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Arasake Tamayura. Kein Absender und auch keinen... Äh... An... Wie heisst das? Die Person dies bekommt... I don't know. I don't know. Diese Waffe stammt aus den frühen 2000er Jahren. Und ist somit eine der Ältesten aus der Schmiede der Arasake Corporation. Dieser Tage sieht man sie nur selten auf der Strasse, weil die Pistole kein Grund um den heissen Scoop zu reden. Einfach überholt und schwer zu erwarten ist. Ersatzteile werden schon lange nicht mehr hergestellt und sie ist mit den meisten regulären Waffennot nicht mehr kompatibel. Nichtsdestotrotz hält man sie jemandem an die Schläfe und drückt den Abzug, enttäuscht das Resultat ebenso wenig wie bei jeder anderen Schusswaffe. Ist das ein Hinweis, dass wir hier irgendwo in diesem Komplex diese Waffe finden können? Wäre nice, wenn das so ist. Diese Kamera. Jaja, ich mach das lieber auf meine Weise. Leise, langsam und still. Das ist ein Schwergewicht. Und das ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Ist das auch eine Kamera? Alarm. Ein Flutlicht. Da sind überall Alarme. Ich frage mich bloß, wenn ich das Remote deaktiviere, wie lange hält das? Ach du scheiße, wie viele Kameras es hier gibt. Seht euch mal die Liste unten an. Ich kenne den Abzug. Ich kenne den Abzug. Wisse, ich kenne den Abzug. Da ist der make. Da ist auch eine drin, da ist eine Kamera. Ziemlich gut bewacht hier das Ganze. Wir müssen in dieses Gebäude unbedingt reinkommen, um den Alarm irgendwie auszuschalten. Oh, Jesus. Holy smokes. Könnte lustig werden, das Ganze. Und schön bei Regen, dass man ja nichts sieht. Ist klar. Okay, hier oben ist das Rohr. Jetzt gehen wir in dieses Gebäude hier hinein. Da ist noch einer. Das sind auch Leute. Ja gut. Okay, da sind wir drinnen. Hier gibt es sicherlich auch noch viele Leute. Oder auch nicht. Ich sehe zumindest gerade niemanden von hier aus. Ich schätze mal alle auszulöschen ist ein bisschen ziemlich schwierig. Hier drin sehe ich echt niemanden. Was mich ein bisschen verwundert. Ich habe mich ziemlich verwundert. Und ehrlich gesagt. Und ehrlich gesagt. All right. Ich bin nicht in die Waffe mit Schalldämpfer. Nur Mündungsbremsen. Nur Mündungsbremsen. Doof. Ich habe einen Schalldämpfer drauf. Schaden 18. 820 Schaden. Welche warst du jetzt? Ja. Ich habe einen Schalldämpfer. Ich habe einen Schalldämpfer. Ich habe einen Schalldämpfer. Ich habe einen Schalldämpfer drauf. Ich habe einen Schalldämpfer. Bringt mir das irgendwas. Wenn ich da auf das Dach geh? Wahrscheinlich nicht oder? geeignete Komponente auch gut wahrscheinlich bloß das hier ja ist gar nicht laut wir müssen hier irgendwo hinein natürlich sind die Türen irgendwo wo man alles im Weg hat wo soll ich denn hin tun ich lasse mal kurz hier wenn wir hier noch einen zweiten haben um den die uns kümmern müssen ich platziere die einfach mal hier oben als jemand unten rein kommt sieht man die nicht gleich so gut der mech ist ein bisschen problem lokales netzwerk sonderlieferung anjigeru kaizumi bruderherz ich habe sowas von die schnauze voll und von diesem einsatz wir sind immer noch in naziara stationiert die strahlenbelastung ist hier in der ganzen region am höchsten wenn du uns nicht diesen anzüge besorgt besorgt hättest wären wir echt nur noch scoob im ernst man müsste uns wahrscheinlich von den steinen kratzen als geiles dankeschön schicke ich dir ein bisschen erstklassige tag eine arasaka shingen keiner wird merken dass eine knarre fehlt die lieferung geht morgen raus das container 667 hab ich lieb müssen wir uns merken 667 container pki 20 shingen die japanische kultur liebt kleine dinge man denke nur an die liebevoll geschnitzten winzigen mehzu-katz-skulpturen oder die bonsai-bäume die in einen blumentopf passen shingen arasakas martin-piston ist eine art liebesbrief an japans leidenschaft für miniaturen kaum vorstellbar dass die durchschlagskraft die magazin grösse und die zahlreichen technischen extras der shingen in eine so kleine waffe passen hinzu kommen ein ergonomisches design automatische zielverfolgung und ein schneller nachlademechanismus und voila schon hat man die traumwaffe eines jeden soldaten oder söldner in der hand schlagerdäckstoß 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 2 schlagerdäckstoß Kann man die Video bitte ausschalten? Geht ja mal gar nicht. Urteilsplitter, immer gut. Kann man das sollten alle ausgeschautet sein? Wo kommt man hier hin? Okay, bloß auf dem Balkon. 667 ist der Container. Ey, was macht der Typ jetzt da? Okay. Oh, got the shower. Lanzi Garnix. Leise. Das sieht mir aus nach diesem Access. Tunnel wird in die Lagerhalle hinein. Okay, kann man raus. Wohl, warte. Dann hört uns niemand. In den Tunnel. Tighter als ein Wettsuit in hier. Oh, reeks auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier irgendwo unten noch jemand ist, der auf uns lauert. Hier gibt es bloß eine Kiste. Und wo kommt man hier hin? 15 von 18. Vielleicht können wir das... Nope, können wir nicht. Schade. Und das wäre eine Konstitution, oder? Eine technische Fähigkeit. Und noch zwei Attributspunkte, wenn wir schon dran sind. Ich würde vielleicht die zwei hier nehmen, damit wir ein bisschen weniger Schaden erleiden. Und dann wäre es das auch schon wieder. Ich habe mich gerade vor dem einen Schatten erschrocken. Okay. Ich werde von da komme ich, oder? Ja, das war das. Wieder mal coole Details, dass jetzt hier auch im Radio über Dogtown berichtet wird. Gab es ja, glaube ich, vorher eigentlich nie. Weil der Dogtown erst neu dazu kam. Okay, unten ist niemand. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwas plötzlich falsch mache und alle hier zu mir hineinstürmen. Shit. Jetzt sind wir wieder draussen. Und da sind irgendwie vier Leute. Und ich sehe gerade, die eine Kamera funktioniert sogar noch. Kommt der hier rein? Kommt der hier rein? Kommt der hier rein? Kommt. Kommt. Aber da kommt noch einer auf uns zu. Kommt. Kommt. Dann sind da draussen zwei Leute, die mich sehen könnten und den Meg. nicht. Dann gehen wir mal nach oben. Kommt. 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 ab und ab und ab und ab und ab und ab und ab. Kommt. Spitzerte. Kommt. 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 Ja, das ist ein designer. Hm. Bringt das irgendwie was? Quiet! Schaut zumindest in eine andere Richtung. Die Beteiligung ist ein bisschen zufrieden. Die Hände sind zufrieden. Beides mit der Beteiligung. Langehen Sie sich eine Fählste gun. Die Beteiligung ist bei der Beteiligung. Unserer ist ein Fählste. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Samurai We have a city to burn 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 We have city to burn